Also, ich nominiere Riko von Verschlausch, mein kleiner Bruder, der braucht's auch mal. Ich nominiere Matthias Frey, in der Hoffnung, dass das Wasser seiner Hose bleibt. Und ich nominiere meine liebste Hetzkopf-Mitarbeiterin, Patricia Grant. Diese Frau braucht hin und wieder mal Nachkühlung. Los, das Handy, los, los, mach hin. Mach bitte. Wenn das Wasser zu kalt ist, nominiere ich euch nach. Los. 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 Los.